Ja, nun sind wir weiter runtergewandert. Jetzt sind wir hier am Alten Rathaus und am Gänseliesel. Das Gänseliesel ist so ein kleines bisschen das Wahrzeichen der Uni Stadt Göttingen. Und immer wenn ihr vielleicht irgendwann mal eure Promotion abgeschlossen haben solltet, dann kommt ihr hier her mit eurem Promotionswagen und euren Freunden und dann klettert ihr auf das Gänseliesel oder auf die Statue vielmehr und küsst das Gänseliesel. Das bringt Glück und ist Tradition hier. Im Hintergrund seht ihr das alte Rathaus, das deutlich schöner ist als das neue Rathaus. Hat nicht mehr ganz so viel Funktion, aber nach wie vor ist hier das Standesamt drin. Also wenn ihr hier mal heiraten wollt, dann hier in dieser schönen Location. Die ehemalige, ehemals war hier auch noch die Touristeninfo da. Die ist jetzt im Endeffekt einfach fünf Meter weiter von mir aus gesehen rechts, nach rechts gewandert und hat jetzt ihren eigenen Stand. Okay, das hier ist Georg Lichtenberg. Die Statue ist tatsächlich originalgetreu. Das heißt, Lichtenberg war wirklich nicht so groß. In seiner Hand seht ihr eine kleine Kugel mit einem Plus und Minus drauf. Das steht dafür, dass Lichtenberg in seiner Zeit in Göttingen das Plus und Minus erfunden hat. Das heißt, Lichtenberg in Göttingen das Plus und Minus erfunden hat.